Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infusus4Live. Willkommen auf meinem Kanal. Erstens mal entschuldigt diesen Aufzug hier, beziehungsweise Menschen sind halt eben auch mal Tagesformabhängig. Heute bin ich in der Om-Phase. Und wie genau aus der Beschreibung ersichtlich ist, geht es um die Speedmaster. Ich schaue gerade darüber, da liegt sie. Man on the Moon, Leute. Man on the Moon. Und was mein Aufzug mit dieser Uhr zu tun hat, das seht ihr gleich. Hi Leute, mein Name ist Alan, das ist Infus4Live. Und da habe ich sie endlich, ne? Die Omega Speedmaster Professional. Man on the Moon. Und ich weiß, es gibt viele da draußen, die wollen sie auch mal in der Hand halten. Und ich weiß genau, wie ihr fühlt, weil ich darf sie jetzt halten. Ich habe sie ausgedient bekommen. Und dieser Stelle ganz lieben Dank an den Sammlerkollegen, der mir vertrauensvoll diese Uhr gegeben hat, dass ich sie euch präsentieren darf. Ja, es ist einfach soweit. Ich darf sie in den Händen halten. Und ich durfte sie lange nicht in den Händen halten. Und das ist hier was ganz, ganz Besonderes. Viel, viel besonderer, als ihr euch vorstellen mögt, ne? Am Ende dieses Videos werde ich einen kleinen Hint dazu geben. Ja, wir gucken uns einfach mal hier die Uhr an. Sie hat auf der Gehäuse-Seite links oder rechts drei verschiedenartig polierte Flächen. Das muss man sich mal vorstellen, ne? Außen ist es ein bisschen rauer. Seitlich dann nach oben laufend wird es dann spiegelglatt poliert. Und dann wieder, zu Lunette hin, haben wir so einen Samtenpolier-Arbeitsgang. Also dieses Gehäuse hat auch einen Haufen an Arbeit hinter sich. Das muss man wirklich sagen. Und ikonisch natürlich das Ziffernblatt. Bei diesem Ziffernblatt handelt es sich um ein Tritium-Ziffernblatt. Das bedeutet, es ist genau das Ziffernblatt, wenn du es zu Omega bringst, wird es ausgetauscht, ohne dich zu fragen. Und ja, das ist sehr, sehr ärgerlich. Weil dadurch verliert natürlich, und das wisst ihr schon, das muss ich euch nicht erzählen, die Uhr enorm an Status und Sammlerwert. Gucken wir uns jetzt das Printing an. Dieses knackige, aber trotzdem immer noch sehr, sehr dezente Printing des Omega-Logos an. Omega-Schrift-Speedmaster-Professional. Und dann in den einzelnen Totalisatoren, die eingelassen sind übrigens, ne? Diese zusätzlichen Zeiger, ne? Die indizieren, wie viel Uhr es tatsächlich ist. Es ist einzigartig. Es ist wirklich einzigartig. Es ist einzigartig. Und wenn man sich ein bisschen die Zeiger von der Nähe anschaut, ich kriege das hier wahrscheinlich nicht mit der Kamera hin, ich werde es mal versuchen für euch, dann merkt man, das ist so eine leichte Pulverbeschichtung und erinnert so ein bisschen, das sage ich halt eben nostalgisch angehaucht und voll in Gedanken an eine Mondlandschaft. So sage ich das, ne? Das ist wirklich sehr, sehr schön gemacht. Und dieses Ziffernblatt erinnert so an diese weiten Weltall, ne? Alles dunkel und Sterne und so. Und irgendwie fühlt man die Missionen, wenn man so eine Uhr in der Hand hält, mit. Obwohl, klar, machen wir uns nichts vor. Diese Uhr war mit Sicherheit nicht im Weltenall. Aber man hat schon das Gefühl, dass das was Besonderes ist. Und die Leute, die da draußen erzählen, ja, hör zu, das Armband und so, das klappert. Es ist vielleicht der Fall, dass das Armband ein bisschen Spiel hat. Das kann ich ruhig zugeben. Aber klappern, Nostalgie, das ist falsch. Das gehört nicht dazu. Bei diesem Armband, bei dieser Omega direkt, merkt man diese samtweiche Übergangsverarbeitung. Das ist ein langes Wort, habe ich jetzt auch erfunden. Das macht aber überhaupt nichts. Man fährt mit dem Fingernkuppen über die Außenseite der Fläche dieses wunderschönen Armbands. Und ich gleite einfach dahin. Ich kenne das sonst nicht. Es gibt ja Flächen, da machst du... Da rutschst du regelrecht drüber, hinterlässt deine Spuren. Und das ist jetzt bei diesem samtweich polierten Armband nicht der Fall. Also du siehst keine Fett-Tatsachen durch deine Fingerkuppen oder so, sondern die Uhr bleibt einfach schön, glänzt seidig, geschmeidig und fühlt sich Tatsache, Leute, fühlt sich Tatsache auch so am Handgelenk an. Wenn man sich mal überlegt, ich habe hier ein 175er Handgelenk. Das ist ungefähr eine 42er Uhr. Ein wunderschönes Tragegefühl. Ein wunderschönes Tragegefühl bei dieser Uhr. Und die Haptik, Leute, ich habe es euch ja erwähnt, wenn ihr mit den Fingern drüberfahrt, ein Traum. Aber wenn ihr sie tragt, ihr merkt sie nicht. Es ist auch ein... Und das ist eine echte Toolwatch. Das ist ein Allrounder, aber das ist eine echte Toolwatch. Die kannst du wirklich jeden Tag tragen. Und eins sage ich euch, wenn du mal eine Uhr trägst und vergesst sie vorm Schlafengehen auszuziehen, dann weißt du, dass es die richtige Uhr ist. Und es gibt wenige Uhren in meinem Leben, die ich so wenig gespürt habe wie diese Uhr und an den Sammler da draußen, nein, ich habe sie jetzt nicht zum Schlafengehen angelassen, sondern ich will dir einfach nur sagen, sie war so bequem, dass es mir schwer fiel, sie vor dem Schlafengehen auszuziehen. Und das sagt schon einiges. Einiges über die Art und Weise, wie eine Uhr konzipiert, ist aus. Ich sage nochmal da draußen, es gibt Uhren, die sind dreifach so teuer, fünffach so teuer als diese Uhr. Ich schätze mal, die kostet auch so um die 7.000, 8.000. Und du merkst da alles. Am Ende des Tages willst du sie halt ausziehen, weil sie gehört halt eben nicht ins Bett. Und dieses Ding, da hast du das Gefühl, die kann dich komplett 24-7 begleiten. Und du hast hier auch einen echt zuverlässigen Partner. Klar, einziger Wermutstropfen für die Jungs da draußen, die halt eben eine Automatikuhr haben möchten. Es ist ein Handaufzugskaliber. Aber genau das sage ich euch, genau das macht es bei so einer Uhr aus. Du stehst morgens auf, hast dieses Ritual, jeden Morgen sie aufzuziehen. Und jetzt hört mal, ich hoffe, ihr hört das. Hört ihr das? Das ist doch einfach ein Traum. Und das hört ihr jeden Morgen. Jeden Morgen habt ihr diesen Bezug zu eurer Uhr, dass sie euch braucht, um euch, die ihr, sie dann braucht, die Zeit anzeigen zu können. Traumhaft. Manche würden sagen, ja, aber die hat kein Datum, du brauchst kein Datum. Wenn du dir mal das Uhrwerk dieser Uhr angeschaut hast, dann verstehst du, was ich meine. Diese kommt jetzt mit einem geschlossenen Caseback. Aber du kannst ja auch, wenn du lustig bist, bei so einer wunderschönen Omega, tatsächlich auch ein Glas Caseback, da mit Glasboden einbauen. Und dann sind wirklich, also du kannst zudem, dass du jetzt ganz leger auf dieses Ziffernblatt schaust und sagst, wow, einfach nur wow, kannst du den später umdrehen und dann siehst du dieses hammermäßige Uhrwerk. Aus einer ganz ruhigen, ruhigen Uhr wird dann ein Meisterwerk. Aber ich muss euch sagen, die wahren Omega Puristi, die Speedmaster Jünger der Professional Modelle, die stehen auf diese geschlossenen Casebacks. Die wollen nichts anderes. Die wissen, was da drin ist, aber die wollen diesen Nostalgie-Flair haben, der Modell rein, die noch diese geschlossen hatten, dieses Non-Sophisticated, alles zu. Das wollen sie und das bekommen sie mit dieser wunderschönen Uhr. Und jetzt mal zum Beweis, so extrem errateln tut sie nicht. Ich lege sie euch auch mal hier hin. Schaut euch das mal an. 90er Jahre und schaut euch das mal an. Also das ist schon der Hammer. Und es gibt halt auch welche, die erzählten, Ja, aber diese Omegas, beziehungsweise die erzählen von den Neuen, überlegt euch das mal, von den Neuen, Ulgers, sagen sie, Ja, das Band wäre nicht so toll verarbeitet. Ich habe hier eine Uhr aus den 90ern. Okay? Das Band sieht so aus. Was denkt ihr, wie jetzt wohl die Neuen, die Neuen Omegas gebaut wurden? Die Jungs sind doch nicht auf der Stelle getreten die ganze Zeit. Oder Mädels. Die sind alle nicht auf der Stelle getreten im Entwicklungsteam und die haben die Uhr noch mehr verbessert. Von daher, glaubt mir Leute, ich bin ja schon ziemlich lang in diesem Uhren-Game, aber immer wieder, wenn ich so eine Uhr in der Hand halten darf, dann werde ich einfach emotional. Es ist eine wahnsinnig tolle Uhr. Und so Gott will, so Gott will, werde ich sie eines Tages auch mal in meiner Sammlung besitzen dürfen. Ich habe schon so viele Anfragen gehabt. Ich habe sie ja vor, habe auf Instagram ein bisschen gepostet und die Leute, ey, hast du sie dir geholt? Ist es deine? Gehört sie dir? Und nein, es ist nicht meine. Und nein, sie gehört auch nicht mir, aber eine wird mir bald gehören. Die leider nicht. Was soll ich sagen? Es ist einfach nur ein Traum. Und wenn man jetzt mal vom Uhrwerk abgesehen, diese Push-Funktion, dieses Chronographen betätigt, dann merkt man auch hier, wenn ich jetzt ganz leise bin, mucksmäuschenstill, dass da die Mechanik richtig arbeitet. Der erste Knopf, das hörst du. Der zweite, der wieder den Stoppzeiger auf Null setzen lässt. Es ist einfach nur eine Wonne. Und wir müssen uns mal überlegen, ich spreche jetzt von einem materialistischen Ding, das eigentlich niemals so in den Vordergrund geraten sollte, aber so anbetungswürdig tatsächlich ist, weil es einfach gut gemacht ist. Dahinter stecken jahrelange Entwicklungsarbeit. Dahinter stecken natürlich auch riesige Werbekampagnen, die einen Haufen an Geld gekostet haben. Viele, viele Jobs und Arbeitsplätze wurden hundertprozentig auch generiert, um so ein Meisterwerk eines Tages mal auf die Reise schicken zu können, dass sie weltweit berühmt wird. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, hinter dem Hintergrund, dass diese Uhr einen extremen, prominenten Vorbesitz hatte, man sich wirklich nicht mal erträumen lassen kann, wen diese Uhr getroffen hat, welche Hände geschüttelt wurden, sieben Weltmeere bereist wurden, welche Locations aufgesucht wurden. Sie hinterlässt mich wirklich sprachlos und ich bin mehr als nur stolz, euch diese Uhr auf meinem Kanal, auf Amphusis for Life, 1500 Followerchen, aber stolze, auf die ich ebenfalls extrem unglaublich stolz bin, dass ihr bei mir seid, zeigen zu dürfen. Euch, die ihr jetzt schon mit mir zusammen seid und die wir uns zusammen meine Uhren anschauen, unter anderem meine, aber auch welche, die ich vorstellen kann, ist einfach nur traumhaft. Ich bin dankbar dafür. Ganz lieben Dank nochmal an den netten Sammlerkollegen, der mir hier echt einen Haufen Geld zur Verfügung gestellt hat, um euch die Möglichkeit zu geben, diese Uhr zu sehen. Und ja, Leute, schreibt mir bitte in die Kommentare rein, was haltet ihr von dieser Uhr? Seht ihr das genauso wie ich? Ihr wisst, das ist ja ein echt komplexes Thema, eine riesen komplexe Thematik, nur Haufen Uhrwerke, Haufen Lunettenoptionen, Ziffernblattoptionen und Armbandoptionen, wo man richtig halt eben daneben greifen kann, aber wenn man dann echt so ein Original haben darf, mit einer originalen Garantiekarte, bei der ich sehe, wer der Vorbesitzer war, da wird es dir anders, da wird es dir anders. Und ja, mehr möchte ich dazu auch nicht mehr sagen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, Leute. Wenn das der Fall sein sollte, dann haut bitte auf den Like-Button. Alles brauchen wir hier alle. Subscribt, teilt die Videos am besten, die Freunde sollen reinkommen, auch ebenfalls subscriben. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Tschüss. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020